Wetten, dass heute live aus München mit dabei der Typ mit der besten Verarschung des Jahres Ein Heiratsschwindler aus dem Internet Lügen haben kurze Beine und ein noch viel kleineres Gehirn Und Mr. Reden ist silber, schweigen gold Und hier ist die Prinzessin, die alles verkörpert Wetten, dass Aufenthaltsgeniehung verlängert bis Showende Casanova Hm, Polanova Hm, nein, Bosnia-Ganova, so muss es heißen Mermin, ihr Showmaster